Die Hacke ist wacher, dann habe ich vorhin reingemacht, frisch. Aber jetzt sind die Tür, die gehen jetzt hier ein bisschen besser zu schieben. Die war unten hier ein bisschen rausgelegen, aber jetzt muss ich mit in die Zeit gehen. Aber jetzt kann ich jetzt besser auf und zu machen, ja. Aber oben muss da echt ein bisschen schick sein. Jetzt müssen wir mal wieder anpassen. Gut, jetzt werde ich hier die Hacke nachher wieder durch. So, ich denke, dass ich jetzt nur los hatte, einmal. Mhm. Weil mit dem Dreißabend, dass er jetzt raus wäre, zu kurz, die Stiegelenke, aber der hat ja nicht mehr ab. So, dass der kommt nicht unten zu fahren. Aber ich kann es nicht mehr so sagen, ich habe hier auch so.